Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute auf jeden Fall mal werde ich euch erklären, wer meine Designer sind und wie ihr am besten an Minecraft Designs kommt, denn viele von euch fragen halt immer, woher hast du deine Designs, wie bekomme ich so welche und wer macht deine Designs und daher mache ich heute das Video und ich würde sagen, starten wir sofort in die erste Runde. Ja Leute, zuerst kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich insgesamt 5 Designer habe und alle halt bestimmte Aufgabenbereiche haben, die sie eben erfüllen müssen bzw. wo sie halt eben drauf spezialisiert sind, zum Beispiel die einen sind halt eben für Texture Packs, die anderen für Designs Thumbnails halt. Ich glaube ihr wisst, was ich meine. Ja und ich würde sagen, fange ich einfach sofort schon mal an, wer meine Designer sind und was eben meine Designer machen oder bzw. was wer macht und ja, ich fange auf jeden Fall mal an mit dem ersten und das ist der liebe Abgelehnt aka David. Ja genau, er ist eben für meine Banner und Wallpaper zuständig, also den Banner, den ihr gerade seht, also den ich momentan drin habe, den hat der gemacht und wenn ihr bei ihm was im Shop, also bzw. wenn ihr was von ihm haben wollt, dann geht auf jeden Fall auf seinen Kanal. Äh, deswegen, also auch alle Designer von mir sind immer unter jedem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Also Leute, könnt ihr einfach da drauf drücken und dann, äh, könnt ihr einfach in deren Shop einen Banner kaufen oder Wallpaper, Thumbnail oder Skin Render. Genau, der liebe Abgelehnt ist halt eben für Wallpaper und Banner zuständig. Und dann kommt auch schon der liebe Gaming Set. Der liebe Gaming Set, ähm, macht für mich meine Thumbnails und Skin Render. Also die Skin Render, die ihr immer auf meinen Thumbnails seht, äh, die macht der liebe Set. Und manchmal, äh, seht ihr auch so Thumbnails von zum Beispiel Bad Boss Clips oder so. Äh, die macht der auch, also so Thumbnails, die sehr gut designed sind, sowas kann ich eben nicht. Und das macht halt eben der liebe Set. Ja genau. Dann haben wir auch noch den lieben Nox. Ähm, der macht meine Wallpaper, halt eben bestimmte Sachen, also zum Beispiel mein altes Outro, das hat er gemacht, äh, oder auch andere Sachen. Ähm, der macht eben nicht so viel für mich, aber wenn ich mal was brauche oder die anderen beiden keine Zeit haben, dann schreibe ich einfach den lieben Nox an, denn, äh, ja, der macht das auch dann gerne für mich. Kommen wir nun zu meinen Packs, äh, und natürlich mache ich meine Packs nicht selber, also mein 100 Abonnentenpack und mein 200 Abonnentenpack habe ich selber gemacht, ähm, also mein 200 Abonnentenpack hat ein bisschen meinen Relieffreund mitgeholfen, äh, aber das war jetzt nicht wirklich ein Designer. Ja, vielleicht wisst ihr es schon, also die Packs, die ihr so kennt alle, die, die letzten Male im Release wurden, das, die haben der liebe Smile gemacht. Smile, der macht halt echt sehr, 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 sehr geile Packs und, also mir gefallen die Packs echt heftig, die ihr macht und die sind auch echt gut, wie ihr, äh, ja wisst und viele von euch feiern die Packs ja auch heftig. Und der Typ hatte obvious Hacks an. Also zum Beispiel mein 600 Abonnentenpack, mein 1,5k Pack und mein 2k Pack und mein 3k Pack hat der liebe Smile gemacht. Also echt Grüße gehen raus auf jeden Fall an dich, du machst das echt gut, beziehungsweise an sich, meine ganzen Designer, die macht das sehr gut. Also ich kann mich echt froh schätzen, dass ich euch habe und außerdem, also mein neuster Designer sozusagen ist der liebe Funface, ähm, er macht eben auch meine Packs und, ja, er macht momentan eben mein 4k Pack. Das wird ja dann released, wenn ich die 4k habe. Für die Leute, die mal in meinen Streams waren, die wissen wahrscheinlich schon, wie das Pack aussieht. Das ist halt eben so ein Rainbow Pack und es ist auf jeden Fall heftig, also wenn ihr wollt, dass ich, ähm, mal dazu so ein Video machen soll, dann könnt ihr das auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde es euch auf jeden Fall gerne zeigen. Genau, also Smile und Funface sind halt eben meine beiden Pack-Designer und Nox Gaming Set und abgelehnt, ähm, sind halt eben meine, ja, Grafik-Designer und ja, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wer alles meine Designer sind. Ähm, natürlich habe ich auch noch die normalen Thumbnails, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wer die macht. Hm, ja Leute, das mache ich, also ich mache meine Thumbnails selber. Halt eben, äh, die sehr gut designten Thumbnails, die macht eben, wie gesagt, Gaming Set, aber sonst mache ich alle. Ist einfach so, weil ich nicht wirklich Bock hab, dass irgendwie andere meine Thumbnails machen, weil ich hab irgendwie auch so einen eigenen Thumbnail-Stil, den nicht wirklich alle beherrschen. Und ja, ich finde an sich meine Thumbnails, die ich mache, cool. Ähm, es gibt Leute, die meine Thumbnails jetzt nicht mögen, aber es ist eben eure Meinung. Und ich mache meine Thumbnails mit Paint.net, äh, wenn ihr euch fragt, nein, es ist kein Photoshop, es ist Paint.net einfach, ganz simpel, mit ein paar Plugins habe ich mir runtergeladen und damit mache ich halt eben meine Thumbnails. Die Schrift ist, äh, Obelix Pro und ja, dann ist es eigentlich ganz simpel, diese Thumbnails zu machen. Und haben wir ihn... Lol, wer hat jetzt gewonnen? Okay, wir haben gewonnen, Gigi Jungs. Ja Leute, außerdem haben die meisten von euch wahrscheinlich auch beim letzten Video bemerkt, dass, ähm, da Werbung war. Ja, Leute, ich kann jetzt momentan monetarisieren und es ist auf jeden Fall übel geil. Also Leute, danke schön für alles, dass wir halt eben, äh, jetzt die Chance haben, beziehungsweise dass ich die Chance habe zu monetarisieren. Das haben eben nicht alle YouTuber und das ist schon echt was mega geiles. Also daher Leute, danke, danke, danke für euren krassen Support und dass ich jetzt einfach schon monetarisieren kann. Also das ist schon echt mega, mega geil. Natürlich, ähm, geht es mir bei YouTube nicht nur ums Geld, das ist natürlich klar, aber es ist halt auf jeden Fall cool, dass, wenn man sich echt viel Mühe bei den Videos gibt und dass man dafür auch noch belohnt wird, also in dem Fall halt, dass man eben Geld, äh, bekommt. Das ist natürlich Ansporn für jeden Mann, ähm, damit ich mir einfach so ein bisschen was investieren kann und das ist einfach, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall mega geil, dass ich jetzt monetarisieren kann. Also freut mich auf jeden Fall echt. Ähm, natürlich gibt es dann auch diese YouTuber, die da sechsmal Werbung raushauen. Nein Leute, sowas mach ich natürlich nicht, also wenn, dann vielleicht, keine Ahnung, höchstens so vier oder so. Aber Leute, Werbung ist halt eben so ein Thema, da kann man sich drüber streiten. Aber Leute, ähm, die nächsten Videos werden halt echt viele zehn Minuten, weil davor waren es halt echt immer nur so wenige. Es wird jetzt nicht nur zehn Minuten Videos einfach da, weil ich nur aufs Geld ab bin. Nein Leute, weil viele von euch euch einfach auch gewünscht haben, dass ich auch einfach längere Videos mache, weil viele von euch feiern das einfach. Und in den zehn Minuten Videos werden halt eben genauso viel geschnitten. Also ich werde nicht 24-7 durchkommentieren, da wird halt eben noch geschnitten, so ein bisschen lustige Clips eingeblendet und halt eben ein bisschen lustig gestaltet und es wird nicht einfach so stumpf dahergelabert und irgendwie so gut wie keine, äh, Mühe und einfach nur Musik hinterlegt. Also sowas hasse ich selber und ich werde sowas niemals auf meinem Kanal bringen. Ähm, daher Leute, da schon mal keine Angst haben. Es würden auf jeden Fall geile zehn Minuten Videos. Auf jeden Fall wollte ich euch nochmal sagen, dass ich momentan übel motiviert bin, was YouTube angeht und es freut mich auf jeden Fall echt, dass euch mein Kanal so gut gefällt und dass wir einfach so einen schnellen Zuwachs haben. Also das ist nicht, ähm, normal auf YouTube, dass man so schnell wächst, vor allem jetzt mit meinem Content. Das ist ja jetzt nicht der beliebteste Content, aber es ist auf jeden Fall echt heftig, dass ihr alle so hart mein Content feiert. Und ja, Leute, die nächste Zeit wird halt einfach mega geiles Zeug kommen. Also halt eben die Videos, geile Streams, auch Verlosung und so halt eben. Das kann ich mir halt eben finanzieren durch die ganzen Werbung-Einnahmen und so, Leute. Also es wird auf jeden Fall echt heftig die Zeit werden. Und, ähm, natürlich machen wir jetzt Road to 10K. Dann ist es auf jeden Fall heftig. Also wenn wir dann die 10K mal irgendwann erreichen sollten, Leute, dann ist es auf jeden Fall echt so einer der größten Meilensteine für mich überwunden, weil auf jeden Fall mein Ziel ist es, irgendwann mal die 10K zu haben. Ja, Leute, also auf jeden Fall, wenn wir irgendwann mal die 10K erreichen sollten, dann wäre es auf jeden Fall heftig geil. Also es würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und versuchen wir ihn jetzt auf jeden Fall zu ballern. Okay, jetzt kommt sofort der nächste. Okay, nee, er ist gestorben. Ja, Leute, außerdem, ähm, für die Leute, die mein letztes Video gesehen haben, ähm, das war ja eben dieses eine Video, wo ich nicht geredet habe und halt eben diese lustigen Clips eingeblendet habe mit der Stimme und so. Und das kam halt echt sehr gut an bei euch. Also, und daher habe ich mir auch gedacht, Jungs, wieso nicht? Also wenn es euch echt so gefällt, dann mache ich davor noch mehr. Und ich habe mir verlegt, einfach jetzt auch so ein bisschen davon welche Videos zu machen. Also, dass ich nicht nur, äh, einfach rede und irgendwie immer so ein besonderes Thema habe, sondern einfach auch mal so ein bisschen lustig, äh, meinen Kanal gestalten. Dass ihr auch was zum, ähm, Lachen habt. Und dass es einfach auch mal richtig geil ist, einfach ein Video anzugucken. Dann hängt einfach nur zwei Minuten vor dem Video und ihr habt danach einfach eine mega geile Stimmung. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel, ähm, euch eine geile Stimmung zu geben. Und dass es euch halt eben gut geht auf meinem Kanal und dass es euch auf jeden Fall Spaß macht, meine Videos anzugucken. Und ich meine, Jungs, wenn euch diese Videos gefallen, dann mache ich natürlich davon auch mehr. Weil, ich meine, ähm, was will man denn mehr als eine friedene Community? Videos, die bei den Leuten gut ankommen und nicht irgendwie so Videos, wie man so macht. Und dann sagen die Leute, ja, nicht so geil, ne, also, mach lieber das und das. Und darauf hat man selber keinen Bock. Ich habe auf alles Bock. Also, wenn ihr mir jetzt auch sagen würdet, ähm, zum Beispiel bringen Minecraft Skywars. Ich würde das auch echt machen, weil, ich meine, ich mache das, oder beziehungsweise ich habe darauf Bock, worauf ihr auch Bock habt. Und wenn ihr sagt, wir wollen Skywars sehen, Leute, dann mache ich auch Skywars. Und, ja, versuche ich ihn jetzt auf jeden Fall zu ballern. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Sind wir jetzt auf jeden Fall nochmal in der letzten Runde. Und, ja, Leute, ähm, wenn ihr jetzt fragt, und wie komme ich jetzt genau an die Designs ran, ähm, dann geht auf jeden Fall auf die Kanäle von meinen Designern und fragt da halt eben nach, wie ihr an Designs kommt. Ähm, denn jeder von euch wird natürlich euch ein Design machen. Natürlich bei manchen Designern von mir ist es natürlich kostenpflichtig, also, dass ihr halt eben Designs zahlen müsst und dass sie nicht kostenlos sind. Denn kostenlos zu designen ist halt echt schon hart, korrekt. Aber, ich meine, ähm, jetzt so ein bisschen was Geld, jetzt ein bisschen Geld zu zahlen ist jetzt auch nicht die Hölle, ne. Also, ich meine, Jungs, komm, dann gönnt man denen eben was. Und, ich meine, die können echt sehr gut designen. Und, ganz ehrlich, Leute, dann zahle ich da lieber mal einen Zehner, anstatt mit so einem nicht so schönen Banner da rumzulaufen. Also, ich meine, es lohnt sich auf jeden Fall echt, da mal auf jeden Fall mal vorbeizuschauen und sich da noch in den Shops was zu kaufen. Natürlich ist das jetzt nicht verpflichtend für euch, dass ihr unbedingt was kaufen müsst, aber es wäre auf jeden Fall schon übel korrekt von euch, Leute. Und, ja, auf jeden Fall Links zu denen natürlich in der Videobeschreibung. Also, auch in jedem Video ist das in der Videobeschreibung. Die Links zu den jeweiligen Kanälen. So, versuche ich auf jeden Fall jetzt noch mal die Runde zu gewinnen. So, haben wir ihn. Und ihn auch. Ja. Und, Leute, ist es das und es ist das Ende, Leute. GG. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal eine Posettung da. Schaut auf jeden Fall mal bei meinen Designern vorbei und ich würde sagen, Jungs, haut da rein. Ciao, ciao. Ciao.